Herzlich willkommen im Moviepark Germany, Europas einzigartigem Film- und Entertainmentpark. Auf einer Fläche von über 45 Hektar bietet Moviepark Germany fünf Themengebiete und über 40 filmreife Attraktionen und hochklassige Shows. In Kooperation mit bekannten Partnern wie 20th Century Fox und Nickelodeon bietet Moviepark spektakuläre Filmkulissen und hollivergreifes Entertainment. Mehrfach preisgekrönte Attraktionen wie die aufwendig gestaltete Indoor-Achterbahn von Helsings Factory Setzen ebenfalls Maßstäbe. Musik Unser Bestreben ist es, ein Lächeln auf das Gesicht unserer Gäste zu tauern und ihnen einen unvergesslichen und perfekten Tag zu bereiten. Musik Seit 1996 haben über 20 Millionen Menschen im Moviepark einen Tag wie im Film erlebt. Moviepark ist einer der innovativsten Themenparks in Europa. Dies ist auch der Grund, warum Europas erstes Nickland hier zu finden ist. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern und mit 16 Attraktionen für Jung und Alt bietet dieser Themenbereich viel Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Halloween. Halloween. Im Oktober wird es gruselig im Moviepark Germany, die Stunde des Halloween-Horrorfestes schlägt. Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich der Park in ein Gruselkabinett der Extraklasse. Über 200 Untote, Monster und scheußliche Kreaturen treiben dann in den Straßen und Attraktionen ihr Unwesen. Das Halloween-Horrorfest genießt Kultstatus. Jeden Abend erleben über 20.000 Gäste dieses einmalige Event. Musik Erlebe filmreife Action und die Einzigartigkeit. von Moviepark Germany. Hurra, ich bin im Film.